Willkommen zu einem neuen Video von der Kokon. Heute geht es um ein Thema, was einige interessiert, die aus dem Mittelmeer ausfahren Richtung Atlantik. All diese Leute müssen natürlich durch die Straße von Gibraltar und darauf werde ich mich etwas konzentrieren. Zunächst einmal kurz etwas über die Winde. Was immer passiert, wenn es Wind aus Osten oder Westen kommt, ist, dass nach der Straße jeweils oder nach der Passage der Wind wesentlich stärker ist. Also in Tarifa ist es nicht unüblich, wenn man von Osten nach Westen fährt, dass der Wind ab Tarifa unglaublich zunimmt und dann langsam wieder abnimmt, je weiter man sich von Tarifa entfernt. Es ist also nicht unüblich, dass wenn man zum Beispiel zwei Windstärken hat, dass man dann in Tarifa 30 Knoten Wind hat. Umgekehrt ist es so, wenn man von Westen nach Osten fährt und praktisch am Europe Point unten ist, dass dann der Wind zunimmt und ein richtig ins Mittelmeer bläst. In diesem Film geht es also darum, dass wir von Osten nach Westen fahren. Und weil diese Fahrt ist nicht so einfach, das Wichtige sind die Strömungen. Ich habe die Strömungen mal hier aus dem Buch von Imray, Mediterranean Spain, das zeige ich hier mal kurz, habe ich die Strömungskarten rausgenommen aus diesem Imray und wenn man sich jetzt nur um die Gezeitenströmung kümmert und nur die Gezeitenströmung anguckt, dann ist es günstig loszufahren fünf Stunden nach Hochwasser Gibraltar bis drei Stunden vor Hochwasser Gibraltar. Das sieht man hier auf diesen Karten ganz gut. Fünf Stunden nach Hochwasser Gibraltar ist in der Bucht die Strömung bereits günstig und dann in der Straße ist sie die ganze Zeit günstig bis Tarifa und auch noch ein Stück darüber hinaus. Im Text steht aber was völlig anderes in diesem Imray Buch, nämlich man soll in Gibraltar losfahren zwei Stunden nach Hochwasser Gibraltar. Dann würde man zwar Gegenstrom haben in der Straße von Gibraltar, aber wenn man sich dicht unter Land hält, dann nutzt man quasi den Nährstrom, also den West setzenden Strom und kommt damit auch gut voran. Und ab Tarifa hat man dann später die Strömung nach Norden mit Richtung Kadiz. Das habe ich auch so gemacht und das funktioniert auch einigermaßen. Das funktioniert nicht immer so, wie es im Buche steht. Aber warum ist das so? Also die Karten im Imray, die zeigen ja die Strömung, die durch die Tide verursacht ist. Im Übrigen steht in dem Buch nicht, ob es sich um Springtide oder Nipptide handelt, das heißt um eine starke oder um eine schwache Tide, sondern es steht einfach nur die Zahl da, 2,6 Knoten Richtung Ost oder West oder was auch immer. Was dort nicht berücksichtigt ist und das habe ich aus einem ganz anderen Buch, das finde ich total interessant. Ich zeig das mal hier. Das ist das Straits Sailing Handbook 2016. 2016 ist ja völlig egal, weil es ist ja immer das Gleiche. Da steht nämlich, dass die Strömung nicht nur natürlich die Tidenströmung ist, sondern es gibt ja immer noch den Höhenunterschied zwischen Atlantik und Mittelmeer. Und das ist in diesen grafischen Darstellungen gar nicht drin. Und hier ist so um ein Knoten ungefähr. In der Mitte der Straße von Gibraltar fast zwei Knoten ins Mittelmeer rein. Ich zeige das jetzt mal an einem Beispiel bei Hochwasser Gibraltar plus zwei Stunden. Der Tidenstrom in dem Imray Buch ist 1,5 Knoten und in dem anderen Buch steht noch zusätzlich durch den Höhenunterschied zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer sind nochmal 1,1 Knoten, die dazukommen. Das heißt insgesamt sind es 2,6 Knoten, die ins Mittelmeer gehen, statt wie im Imray Buch nur 1,5 Knoten. Und das ist natürlich in die andere Richtung genau das Gleiche. Man muss also die Strömung durch den Höhenunterschied immer noch zusätzlich addieren. Die ist übrigens natürlich in jeder Stunde gleich. Das heißt diese roten Pfeile ändern sich in den verschiedenen Stunden nicht. Außerdem gibt es noch den Wind und der Wind erzeugt eine Oberflächenströmung, die je nach Wind in die eine oder andere Richtung gehen kann. Das heißt die ganze Sache ist nicht so einfach, wie sie jetzt in dieser einen Tabelle steht in dem Imray, sondern sie ist einfach viel komplizierter. Und da kann man ganz schön daneben liegen. Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Ich würde sagen, ich glaube ohne viel zu rechnen, dann geht es auch indem man sich vermutlich an diese Regel hält fahrtlos zwei Stunden nach Hochwasser Gibraltar. Und wenn ihr nach Norden Wort wollt, dann habt ihr im Wesentlichen gute Strömung, wenn der in der Straße, wenn ihr in der Straße selbst den Nährstrom nutzt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig. Und für diejenigen, die durch die Straße gehen und ich bin selbst glaube ich sechs Mal durch die Straße gegangen. Also die, die durch die Straße gehen, mag es interessant sein, das mal so ein bisschen aufgedröselt zu kriegen. Also viel Spaß beim Film. Und jetzt geht's los. Hier im ersten Teil fahren wir also von La Linea, beziehungsweise Gibraltar durch die Straße von Gibraltar bis nach Kadiz. Heute ist der 12. September. Wir fahren durch die Straße von Gibraltar wieder raus aus dem Mittelmeer, Richtung Atlantik. Zurzeit haben wir noch Gegensprung, zwei Knoten, aber das müsste eigentlich bald drehen, sodass wir da nicht so möglich haben. So drüben sieht man Atlasgebirge in den Wolken, davor die Frachter. Wir müssen morgens um acht losgefahren und es ist schon entwicklich kalt morgens. Ganz im Hintergrund sieht man wahrscheinlich schon Tarifa, aber es sind die Leute von knapp 8-Malien-Talantik. Inzwischen sind wir in Kadiz angekommen. Wir liegen in Puerto America. Der ist zwar nicht besonders schön, der Hafen, aber er hat den Vorteil, dass er in der Nähe der Altstadt ist. Man kann da hinlaufen, 10 bis 15 Minuten. Ich zeige jetzt hier mal ein paar Eindrücke von dieser tollen, interessanten Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am 18. August 1947 erschüttert eine riesige Explosion in einem Munitionslager im Hafengebiet die Stadt Kadiz. Große Teile der Stadt um den Hafen herum werden zerstört. Die Explosion, deren Ursache bis heute unklar ist, fordert 150 Tote, 100.000 Verletzte und 10 Prozent davon, also Zehntausende schwer verletzte Menschen. Dieses Museum zeugt von diesem furchtbaren Ereignis. Es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen wollte und das ist die besorgniserregende Situation wegen der Orcas. Die gesamte Küste von Spanien, Portugal runter, von Galicien ab bis nach Gibraltar. Da gibt es sehr viele Angriffe inzwischen von Orcas. Es hat angefangen 2020. Ich selbst hatte auch einen Angriff in 2020 im August. Das war einer der ersten Angriffe. Zum Glück hatte ich keinen Schaden am Schiff. Damals haben wahrscheinlich die Orcas noch geübt. Ich will da gar nicht so viel darüber sagen, nur Folgendes. Es gibt einige WhatsApp-Gruppen. Es gibt aber auch Gruppen, die in Spanien und Portugal sehr populär sind. Das sind so Messenger-Gruppen oder Telegram. Die beschäftigen sich mit der Problematik und da sind Wissenschaftler, die sich dazu äußern. Die Empfehlung ist aktuell folgende. Man solle sich innerhalb der 20-Meter-Linie halten, wenn es möglich ist. Also unterhalb von 20 Meter bleiben, wenn es möglich ist. Weil da finden offensichtlich keine Angriffe statt. Wenn man rausgeht, weiter draußen in tieferen Gebieten, da ist die Gefahr, dass man angegriffen wird, sehr groß. Von daher sind wir auch von Gibraltar aus an der Küste geblieben. Direkt einmal an der Küste geblieben, innerhalb der 20-Meter-Linie. Es gibt leider ein paar Netze, die muss man außen umfahren. Da geht man auch mal in 25 Meter oder 30 und dann kommt man wieder direkt zurück, fährt man wieder direkt zurück in die 20-Meter-Bereiche und muss praktisch diesen ganzen Bogen ausfahren möglichst. Das heißt, oberhalb von Kadiz sieht es so aus, dass zwischen Kadiz und Faro nichts passiert. Aber darauf würde ich mich auch nicht verlassen. Also wir fahren die gesamte Bucht aus. Wie gesagt, von Gibraltar aus über Kadiz, von Kadiz weiter nach Massagon, dann weiter bis zum Ria Guadiana und dann über Faro bis nach Portimao. Weiter geht's von Kadiz nach Norden, nach Massagon. Der Wind ist eingeschlafen, aber wir haben noch den alten Schwell, weshalb wir mit der Maschine fahren müssen. Also ein bisschen unangenehm, später kommt dann etwas Wind auf. Aber es kommt noch etwas anderes, eine Überraschung oder mehrere Überraschungen. So, das ist schon der zweite Kanister. Zeigen wir ja den Kanister ab. Das ist der zweite Kanister, den wir aus dem Meer holen, hintereinander. Riesendinger sind das eigentlich. Muss du das mal sauber machen? Ja, das wir sauber machen. Insgesamt haben wir drei Kanister rausgeholt aus dem Wasser, plus ein großes Fischernetz, wo noch eine Verpackung rein klebte. Das haben wir alles in Massagon abgegeben. Und dann habe ich im Massagon selber nochmal im Hafenbecken, direkt vor meinem Boot, durch Zufall gesehen, nochmal ein riesen Fischernetz, auch wieder mit der Verpackung dreigeklebt. Und ich meine, dass genau gegenüber die Fischer sind, mag Zufall sein, aber an solche Zufälle mag ich nicht glauben. Das ist jedenfalls eine unheimliche Sauerei. Später kommt etwas Wind auf und wir können segeln. Wir fahren jetzt hier den Rio Guadiana hoch. Links ist ein Werftgelände, wo einige Boote stehen, zum überholen. Aber wir fahren weiter bis nach Ayamonte auf der rechten Seite in Spanien. Von dort aus kann man die Fähre nehmen, rüber nach Vila Real de San Antonio in Portugal. Und das machen wir auch, nehmen unsere Fahrräder mit und gucken uns dort ein bisschen die Gegend an. Hier sind wir in dem kleinen Ort Kastno Maritim. Der Ort ist sehr, sehr hübsch gelegen. Alles sehr ruhig, sehr sauber und sehr entspannend. Am nächsten Tag geht es wieder weiter. Wir machen die Leinen los und fahren den Rio Guadiana runter. Hier rechts sehen wir die Marina von Vila Real de San Antonio. Die liegt eigentlich sehr hübsch. Die Stadt selber gefällt uns auch sehr gut. Aber in der Marina ist zu viel Strömung und deswegen fahre ich da nicht rein. Wir haben wieder leider keinen Wind und müssen mit dem Motor fahren. Aber dann wird es nicht so schwierig in der Einfahrt von Kulatra, weil dort ja sehr starke Strömungen sein können. Und wir kommen nicht zur besten Zeit an in der Einfahrt. Die beste Zeit ist ja Hochwasser oder Niedrigwasser plus eine Dreiviertelstunde oder plus eine Stunde. Da ist das Wasser ruhig. Aber wir kommen hier mittendrin an. Und dadurch, dass kein Wind ist, ist die Welle auch nicht so stark in der Einfahrt. Hier in Kulatra hat man immer einen tollen Sonnenuntergang, weil die Sicht nach Westen offen ist. Manchmal kommen Flugzeuge rüber, aber die sind ein bisschen versetzt und stören nicht allzu sehr. In Kulatra ist es immer sehr romantisch. Am 24. September fahren wir wieder aus Kulatra raus. Die Tide ist nicht gerade günstig, es ist halbe Tide, aber es ist kein Wind, von daher ist das nicht so schlimm. Wie immer liegen die Fischer mitten in der Einfahrt, was nicht sehr günstig ist, weil wir müssen da mitten durch. Leider mussten wir die ganze Zeit mit dem Motor fahren, weil kein Wind war und kommen hier nach ein paar Stunden kurz vor Portimao an, an dieser tollen Küste, an dieser Stallküste mit den Höhlen. Wunderbar. Es ist wie nach Hause kommen. Wir mussten zu einer etwas ungünstigen Zeit durch die Strömung von Kulatra durch, aus der Laguna ausfahren, damit wir noch pünktlich bei Tageslicht in Portimao ankommen und genau das ist gut gelungen. Nach fünf Monaten laufen wir hier wieder ein, an dieser Anchorage bei Portimao hinter der Außenmole. Es ist sehr viel los. Wahrscheinlich sind viele Schiffe da, die so langsam sich auf den Weg zu den Kanarischen Inseln machen. Aber die Anchorage ist so groß, dass man immer einen Platz findet. Es ist ein schönes Gefühl, nach so vielen Monaten wieder hier anzukommen. Falls Interesse besteht, noch mehr zu sehen, als nur diesen Teil hier vom Raum. Es gibt eine Roomtour von der Contest Inn, das ist hier verlinkt. Und das letzte Video, das vorherige Video von dem Video hier, das zeige ich hier unten. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao.